Ganz schön windig hier in Dark Souls 3. Der Sound ist auch ein bisschen anstrengend auf Dauer. Gehen wir mal wieder. So, hier ging es runter auf die Seite. Dann gucke ich mal, ob ich da hinten weiterkomme. Obwohl, sieht auch nicht so aus, als ging es da so gut weiter. Eigentlich ist da eher Schluss. Also von oben habe ich mir das ja angeschaut und dachte, okay, dann komme ich vielleicht Richtung Untotes Dorf. Aber, nein. Bringt es überhaupt noch irgendwas? Da räume ich ja nicht rüber. Der Drache, der da gecrashed ist. Autsch. Voll das Schienenbein angestoßen. Okay, ich dachte eigentlich, dass ich hier oben diesen blöden, was auch immer, Bogenschützen, Sperrwerfer, irgendwas Heini-Dos werde. Da wäre ehrlich gesagt nicht so aus. Durch das Tor komme ich auch nicht. Das heißt, ich muss oben von der Mauer da rüberspringen. Obst, noch was umstellen, dass ich den Twitch-Chat sehe. So. Ich habe sogar eine Estos-Scherbe, wenn ich mal zurückreisen würde, oder? All das. Ich habe so viele Sachen, die ich irgendwie verbessern könnte. Hier runter gehen ist keine gute Idee. Nein, ich will nicht wieder zurück in den Sumpf. Ich dachte, ich kann auch ein bisschen beim Tageslicht bleiben. Ich glaube nicht. So, nicht zu weit runterfallen. Wenn sich hier nicht die Haxen bricht vollständig. Ich glaube, hier oben, es hat sich erledigt. Schade. Ich dachte, ich kann hier noch ein bisschen bleiben, wo es schöner ist. Egal, ich bin ja eh gleich wieder beim Feuer. Wieso kam denn Bild los? Sie ist abgefahren. Sie bewegt sich so schnell, dass es so verzieht ist. Das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, sollte das so sein. Das ist ja jetzt eine Variante der Bewegungsunschärfe. Wie komme ich denn da hin? Das ist ja immer eine geheime Tür. Entdecke ich endlich eine geheime Tür. Hier durchsuche ich jetzt mal nach einer geheime Tür. Ich suche ja immer wieder mal nach einer geheime Tür. Und finde keine. Leider. Hier mal. Irgendwie. Das ist doch recht auffällig. Hier vielleicht. Irgendwo. Was ist das hier so komisch aus? Kann ich da irgendwie rein? Den will ich mal nicht hauen. Nicht, dass es Ärger gibt. Hier ist schon auf den Schwanz getreten. Das muss reichen. Was ist denn, wenn ich den Aufzug hochfahre? Na, ist denn nicht, ob ich da irgendwas nach oben komme, wo ich dann da lang gehen kann? Mein Mann, ich hab noch, ähm, Buddy Maniac meint, ich hab noch, oder Buddy Maniac meint, ich hab noch einen Weg im Wald übersehen, im Sumpf. Ähm, da hab ich eine Menge übersehen noch im Sumpf, oder was heißt übersehen, hab ich eine Menge noch nicht abgeklappert, einfach. Hier, hier muss ich doch irgendwo nach oben kommen. Ah, hier geht's auch noch außen am Turm entlang. Den Schatzhansel lass ich mir nicht entkommen. Funkeltitanin. Okay, ich guck mich erst mal einmal ganz um. Eigentlich müsste ich doch von außen, jetzt entdeck ich eine Geheimtür, jetzt ist Schluss mit lustig. Weil, man hat auch von innen gesehen, dass da irgendwas ist. Da hing ja dieser Typ über die Brüstung und hatte irgendwas. Hier muss das irgendwo sein. Ha! Ich sag's noch. Asche eines Traumjägers. So, Asche eines Traumjägers. Schattenasche von einem, der wehmütig von einem Mitglied der Untoten Legion träumte. Die Schreinmeid stellt damit einen neuen Gegenstand her. Cool, cool, cool. Ich hab so viele Sachen, die ich im Schrein jetzt machen kann inzwischen. Ich werd mal zurückreisen, auch wenn ich gar nicht so viel leveln kann, leider. Weil kaputt gegangen. Okay. Man probiert ja immer wieder mal mit den Geheimtüren rum. Aber da war es recht offensichtlich, dass es irgendwann eine sein musste. Weil unten ja, wenn der Zugang fehlt, stimmt da ja irgendwas nicht. Und ja, von oben sieht's alles echt okay aus. Guck, so dunkel ist es da unten überhaupt nicht. Und eklig. Aber wenn man unten ist, ist alles super schlimm. Ich geh erstmal zurück zum Feuerschrein. Und schau mal an. Was wir da so machen können. Marvin fragt gerade, ob morgen alle fünf da sind für unser Dota 2 Relegationsspiel. Ist alle fünf da morgen? Okay, also genug zu tun. Erstmal den Estus-Flakon. Fangen wir doch damit an. Wie viele Titanitsscherben ich inzwischen hab. Muss echt mal gucken, welche Waffen ich da jetzt nächstes mal aufleveln möchte. Die Blut kann ich ihm auch geben. Well, well. Was ist die Un-Dead-Legion mit einem Kohl so wie dieser? Ich habe gehört, dass ein von den Crystal-Sagen hat mit Farrens-Abyss-Watches verletzt. Ich glaube, es muss sein, dass es richtig ist. Du solltest wissen, dass dieses Kohl mit magischem Waffen ist. Was gerade jemand noch schreibt. Na, 6,90. Das stimmt auch. Beim Onion Knight gibt es noch die Stelle mit dem Aufzug. Da müsste ich ja oben den Dings besiegen können, wo der Aufzug nur nach unten fuhr. Stimmt, wie geht das denn nochmal? Da könnte ich den Typen abschießen, der auf dem Turm ist. Da müsste ich auch nochmal hin. Okay, da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, welches Feuer das war und wie ich das Rätsel löse. Noch so eine Geschichte. So, jetzt habe ich das für die... Einen Gegenstand. Ach genau, für den Ofen habe ich noch einen Gegenstand. Das wollte ich als nächstes machen. Mal ein paar Sachen erledigen. Und gucken, was ich dafür bekomme, für die Boss-Seele. A heart that returned and a fine day it is. So, happened upon any twisted souls? Indeed. So. Felsbrockenhagel. Seele eines verirrten Dämons. Ein Gegenstandseffekt des Pyromantie. Speit Felsbrocken aus dem Mund. Die Felsbrocken sind schwer und zerbrechen leicht. Okay, das ist ein Zauber halt. Und das wäre ein Ring. Erhöht maximale Belastung. Havels Ring! Nein! In der Tat. Das ist ja cool. Havels Ring kennt man natürlich, wenn man Dark Souls 1 gespielt hat. Wie cool. Pyromantie brauche ich nicht. Hermit Havels Ring. Das ist ja mal extrem cool. Oh, jetzt habe ich schon mal kurz erschrocken. Na, Havels Ring werde ich mal... Ah! Einmal zu viel B gedrückt. Drücke B. Jetzt werde ich mal Havels Ring anlegen. Statt... Blutungsresistenz scheint mir jetzt nicht ganz so wichtig. Havels Ring. Sonst kann ich mal richtig vielleicht auch die schwere Rüstung noch anziehen. Oder den coolen... Den... Den Großschild. Na, 73. Nicht ganz. Obwohl, wenn ich das andere ein bisschen... Weil der Großschild... Hat halt dieses coole Stoßen. Wir können ganz kurz das mal machen. Der hat auch diesen Stoßangriff. Kostet natürlich Magie, aber ist natürlich schon sehr, sehr praktisch. Fokuspunktkosten 16. Auch 16. Gewicht 15. Braucht 36 Stärke, um den Schaden zu machen. Das heißt, ich kann ihn nicht effektiv nutzen. Also nicht so viel Schaden machen damit. Das ist schon ein bisschen arg groß. Fast schon. Wäre schon... Was ist der Vorteil? Blitzdunkel. Haltung hat es auch nochmal ordentlich halt. Wird nicht so leicht umgeschmissen. Das wäre es mir eigentlich schon wert. Ich habe nicht genug Stärke. Aber, ähm... Wie gesagt, das ist eigentlich nur der physische Schaden, den ich verursache, wird reduziert. Aber ich will ja eh nicht groß Schaden dem Schild machen. Deswegen nehme ich den mal. So, dann muss ich nur gucken, wie ich jetzt die restlichen Sachen anziehe. Dass ich auf unter 70% wiederkomme. Oder ich level... Aber einmal leveln schaffe ich nicht mal. Gucken wir mal, was ich leveln muss. Ich kann ihr jetzt noch den, den einen Gegenstand geben. Willkommen nach Hause, Ashen One. Spiege dein Herz' desire. Sehr gut. Dann tut... 7400, ich habe ja nur 1600, okay, das ist ein bisschen, sehr viel weniger. Manifestationen von Dyspärzigkeit. Die lucidige Friedreich. Ashen One. Für mich ist das, Ashen One. Kann ich... Ach so, die Might. Ich denke, aber sie ist die Might. Sie ist auch nicht die Might. Für sie habe ich einen Gegenstand. Ah, wie? Ashen One, was wöwvolle Umbrel-Ash ist das? Das barren, dust, stuff of a fool, won't yield aught. Woher didst thou happen upon the stuff? Tell me, for the sport. Oh, yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world. More's the pity. It must come from one most foolish indeed. Was hast du nicht agree? Durch ein Grund, sich kaputt zu lachen, wie immer. Jetzt jetzt ein paar neue coole Sachen. Getrocknete Finger mit mehreren Knöcheln. Für die... für Multiplayer wieder. Das sind alles Waffen. Geh mit der Reine nochmal durch, dann ist es immer ein bisschen übersichtlicher. Das sind hier alles solche Geschichten. Kennt man alles. Nichts Ungewöhnliches. Kleine Titanitscherbe. Kann man bei ihr kaufen. Für 800. Da kann man also mal genug Waffen aufleveln. Okay, 800 sehen es auch echt mal nicht viel. Dann werde ich jetzt auch mal Sachen aufleveln. Gewölbeschlüssel, Turmschlüssel brauche ich noch. Das sind Bögen, Talisman. Das sind noch Klamotten wieder. Lebensring erhöht maximale TP. Ist nicht das, den ich auch habe schon. So, doch genau, der Lebensring. Wie viel erhöht er eigentlich die TP? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm... 8,42, okay. Ist das prozentual? Das ist immer gleich. Wahrscheinlich absolut. Ich finde die Aktion von dem Schild so cool. Also oft kann man es leider nicht machen, aber schon cool. Ähm... Ich will gerade noch, ob ich noch irgendwas... Nicht irgendwelche besonderen Gegenstände noch gehabt. Ich hatte noch irgendwas... Ich hatte so viel Zeug eingesammelt. Estus-Scherbe habe ich gemacht. 2,2... Das sind die Scherben. 20 kleine, eine große Titanitscherbe. Waffen plus 6. Funkeltitanit. Damit kann ich halt dann... mit den Edelsteinen... noch jeweils weitergehen. Gealterte Waffen, Krudewaffen. Gefängnisschlüssel, Banner, Schrift, Auto... Foliant. Gib ihm einen Meisterpyromanten. Schriftrolle. Ein Zauberer. Eisenfleisch. Das sind meine Sprüche. Das sind die Waffen. Das sind die Eide. Okay. Ich dachte, ich hätte noch was anderes Wichtiges bekommen. Was bringt das eigentlich? Achso. Das habe ich noch gar nicht benutzt. Asche, Knochen, Splitter. Wird mein Estusflakon besser, oder? Jedes Mal... in den Leuchtfeuer des Schreins. Und dann wird mein Estusflakon besser. Mit den... Splittern, die ich dem André gebe, bekomme ich mehr Aufladung. Und hier müsste ich jetzt ja... einfach eine bessere Erholung bekommen. Was auch nicht unwichtig ist. Leuchtfeuerstufe 2. Habe ich noch mehr? Nein. Cool. Also, das darf man alles nicht vergessen. Habe ich sonst noch irgendwas Wichtiges? Ich glaube, jetzt haben wir langsam alles Wichtige von uns genommen. Noch die Seele des Großholzes. Können wir mal überlegen, ob ich irgendeine Waffe jetzt nochmal auswerten möchte. So viel ich tragen kann. Oder was anderes man nutzen möchte. E und D. Die sind manchmal ziemlich schnell. Das wäre gut für den Ring. 180 Schaden mache ich im Moment damit. Das ist natürlich immer die Geschwindigkeit. Muss auch mitnehmen. Gerade das Isfelschwert könnte ich... Das könnte ich solche Krude machen. Und einfach damit arbeiten. Ich weiß nicht, wie viel die Krude Verbesserung das bringen würde. Der Degen 95 hat halt einen Crit-Bonus. Die Vanditen-Axt ist eh nicht so interessant. Und den Rest finde ich auch gar nicht so gut. Wenn ich noch nicht weiß, was ich aufleveln möchte. Jetzt muss man sich auch mal die Zeit nehmen, dies ein bisschen anzugucken. So, guck mal ganz hier. Ich habe die verschiedenen... Das sind die Titanids, um die weiter aufzuleveln. Schwere Edelsteine. Schwere Waffen. Effektiv, wenn ich die mit Stärke besser skalieren lassen möchte. Das ist scharfer als mit Geschicklichkeit. Gealterter ist Stärke und Geschicklichkeit. Kruder Edelsteins hat gerade am Anfang noch nicht so hohe Stats hat. Ganz gut. Kristallner. Skaliert mit Intelligenz. Nicht so wichtig. Und hier kann ich das zurückmachen, ohne die Verstärkungsstufe zu reduzieren. Mira möchte schon wieder, dass ich den Helm abnehme. Mache ich nochmal, aber dann reicht es langsam. Jetzt sehe ich halt wieder ein bisschen dreckig. Also die Frage ist, ich sage auch schon mal wieder... Es wechselt immer so. Obwohl, das sieht schon sehr so aus als... Ja, doch. Die Aushöhlung sieht nicht gesund aus inzwischen. Schnell den Helm wieder auf. Soll ich heute gucken, ob ich jetzt was mit dem gruden Schwert, wie ich das genau machen kann, umwandeln. Wenn ich jetzt hier das grude Schwert, kann ich auch noch andere Gegenstände draufhauen. Könnte ich es wieder ganz zurück machen. Also so, wenn ich das ganz rücksetze, hat es C und D. Jetzt könnte ich das mit dem schweren auf B machen. Mit dem scharfen auf D und C. Gealtert macht halt beides auf C. Noch nicht gar nicht so gut. Hätte ich mehr davon erwartet. Wo sich den Gesamtschaden mal... Ich gucke gerade was. Bin ich also gut bereit. Muss dann selber zusammenrechnen. Das ist natürlich mehr, ob ich das schon möchte. Magieschaden könnte ich hinzufügen. Feuerschaden. Gesegneter Edelstein. Zeichne nur das an. Abgrün. Das sind die Edelsteine, die ich hier noch gar nicht einsetzen möchte. So, das will ich mal ganz kurz anschauen. Noch mal raus hier. So, das sind die Edelsteine. Das sind zusätzliche. Ja, genau. Und aufwerten kann ich ja auch noch. So, was ich noch mal schauen möchte, ist genau das. Ich möchte mal gucken, wenn ich einen Kruden Edelstein zum Beispiel in das... Wenn man hier in Lothric das einsetze. 133. Das ist ganz schön schwach. Also das ist wirklich... Ich glaube, das ist auch Level 1. Das ist das Problem, das zu vergleichen. Das ist manchmal schwer. Wo ist das Ithril Schwert? Wie viel bringt das denn? Ist das verbessert? Wo ist denn das Ithril Schwert? Kann man das gar nicht verbessern? Das zeigt er hier gar nicht an. Das ist halt praktisch... Schade. Das zeigt er mir gar nicht an als Möglichkeit. Das habe ich mir die ganze Zeit gesucht. 149. Hier kann ich es verbessern. 142. Kriegt das auf dem nächsten Level plus 26. Ist schon noch ein ganz schön Unterschied. Das skaliert er auch ein bisschen mit. Kettenbrecher. Kruder hat 10 und 10 auf 194. Also 14 dazu. Muss ein bisschen rechnen jetzt mal gerade. Das skaliert halt mit D und D. Das skaliert dann schon langsam ein bisschen besser. 121 plus 23. Ein bisschen lahm. Das Uchikatana geht nur um 11 hoch. Ich glaube, ich level mir mal das Ithril Schwert auf 2 und vergleiche das dann ein bisschen. Weil ich habe genug Titanitscherben. Ich glaube mal. Funkeltitanit? Ach, das ist halt eins... Das ist halt ein bisschen mies. Das ist so ein Spezialschild. Das braucht Funkeltitanit schon. Ich habe gerade ein bisschen geguckt. Oh Mann. Da muss ich jetzt nochmal zurückgucken. Inventar-Tetris muss auch ab und zu bei Dark Souls sein. Tut mir leid, wenn euch das nervt. Aber es ist... Funkelt hier in einmal. Von Stärke erfüllte Waffen können nicht durch gewöhnliches Titanit verstärkt oder durchwirkt werden. Aber ich will das direkt auf plus 4 verbessert dann. Seelengewandelte Waffen. Ich glaube, ich mache es nicht. Da muss ich erst mal ein bisschen... Mann, das ist alles so schwierig. Das geht mit dem nur auf plus 1. Ich mache das mal auf plus 3. Titanitscherben habe ich hier genug. So. Ich mache nochmal ordentlich mehr Schaden. Und dafür brauche ich jetzt 2 große Titanitscherben, um es weiter zu verbessern. Okay. Ich mache 194 Schaden. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. 194, das wären halt 168 mit der funkelnden Titanitscherbe. Wenn ich das jetzt noch umwandeln würde, das gucke ich uns jetzt nochmal kurz an. Wenn ich das zurück verwandle, mache ich 180, 183 Schaden. Im Moment mache ich 194, also 11 weniger, weil die Skalierung noch nicht ganz ausreicht. Wenn ich irgendwas anderes reinstecke, 196, 187, alles im gleichen Bereich. Dann hätte ich noch Magieschaden dazu. Das weiß ich aber nicht ganz. Wird das addiert einfach? Da bin ich aber nicht ganz sicher. Wisst ihr das vielleicht? Hier steht es jetzt auch hier, wenn ich den feurigen Edelstein einsetze, nur als Beispiel, weil ich habe ihn ja gar nicht. Dann wird der physische Schaden auf 126 gesetzt und Feuerschaden auf 126. Heißt das aber, ich mache mit einem Schlag 126 Feuerschaden oder mache ich 126 physischen Schaden und 126 Feuerschaden dazu? Das ist halt die Frage, addiert sich das? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Auch hier Dunkelschaden, kriege ich 196 Dunkelschaden dazu. Und hier Magieschaden auch, 90 plus 11, also 101 physischen Schaden und 110 Magieschaden. Was natürlich zusammen auch nicht schlecht ist. Aber es muss eigentlich so sein, sonst wären die viel zu schwach. Wird addiert halb, halb? Einer schreibt, es wird halb, halb addiert. Manche schreiben natürlich, Gegner haben Resistenzen gegen Elemente, das stimmt natürlich schon. Also halb, halb würde auch nicht ganz Sinn ergeben. Also prinzipiell macht man so viel Schaden, wenn man natürlich Resistenzen hat, ist ja immer klar. Dann hält der Wissen davon was aus. Okay, das passt schon. Habe ich jetzt Level 3 auf dem Breitschwert. Das gefällt mir eigentlich so erstmal ganz gut. Okay, habe ich jetzt sonst alles? Achso, 73, jetzt muss ich irgendwie noch gucken. Dass ich unter 70% wiederkomme. Okay. Ich möchte das zumindest mal ein bisschen ausprobieren mit dem Schild. 25,4. Na gut, kämpfe ich mal so. Will ich jetzt sonst noch irgendwas Dringendes erledigen hier? Ich glaube nicht. Ach ja, genau, das kann ich noch machen. Ich möchte jetzt ganz gerne eigentlich das mit dem Onion Knight machen. Ich würde sagen, das war halt ein bisschen Inventar-Tetris-Runde passiert. Größtenteils. Ich würde jetzt mal kurz schauen, wo geht es denn nochmal zum Onion Knight? Senkgrube ist es nicht. Abbruchreife Brücke, da war es irgendwo in der Nähe. Turm auf der Mauer ist es auch nicht. Fahrtopferung, das ist auch alles nicht. Das gucke ich mal in der Pause nach, weil ich weiß es nicht ganz aus dem Kopf. Dann finde ich das schon. Und dann werde ich mal das mit dem Onion Knight auf dem Dach erledigen, damit ich jetzt einen komischen Sperrwehr verlost werde. Also kurze Pause.